ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part call of duty black ops 2 auf newtown 2025 mit cranky player aka florian ok wer letzte folge gesehen habt dann wisst ihr wer ist und wo sein kanal zu finden ist und bla 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 wir fangen jetzt einfach an ja abonnieren favorisieren daumen hoch und masturbieren wieder ich sag mal zu diesem thema nichts mehr das ist unsere zuschauer sind noch fast alle minderjährig so wie wir und vor grad was trinken aber hat wohl nicht geklappt dass mein pc ist zu schnell okay hier mal die typ 25 mit millimeter scanner drinnen okay wir fangen jetzt an in 3 2 1 und party du bist gerade extrem leise geworden irgendwie kann aber nicht sein so möchte ich mal vorschlagen wir gammeln uns jetzt hier unser leben woher granate zack force kill weiter wie sie uns gepunt haben ja wie sie mit pump gun rum mit der ksg rotzen die hier rum wir reden hier von boards ja boards trotzdem rum wie sauf können alle nach der extrem der ksg ja drauf geboomst und alter hast du gerade die rauchgranate hingeworfen ähm nein das freut mich mit pumpen aber ich tue gleich ein ja hier ist noch eine mit rauchgranaten erzündung habe ich diesen scanner drin und hast hier reinkommen genau das was ist ein vollmantel ich habe ich mit dem person auseinandergesetzt ein extrem starkes geschoss ok ich kümmere mich hinten um ja ich habe ihn gar nicht gesehen habe ihn getötet hast du gerade eine drohne am start ja kannst bitte auch kannst du raushauen habe ich schon links ach so kaputt gemacht was ich habe es für linkladung guck mal boah wie fliegt man diese scheiß dragonfire äh mit e schad mit e fliegst du hoch und dann mit w a ist d mit e fliegt man hoch hat man noch hat man nur ein geschoss oder hat also hat man noch eine zweite warte du kannst ja eine minute lang kannst du die benutzen ja ich wurde schon abgeschossen das ding ist schwul das nehme ich nie wieder extrem geil das teil nein in der zeit ist schon 20 andere kitsch gemacht hat mit der drohne mit raus ja mit was war ja mit der sniper hat er mich gequickscoped in der art feind ausgeschaltet es wie eine pass auf ja die ist gerade neben mir hochgegangen danke dass du mich ja ich brauche keine drohne brauche ich nicht gerade nicht da kann ich immer reinhauen damit man halt weiß wo die sind ja warum macht er denn nicht zum teufel eben war ich so gute guck mal hinter dir guck mal guck mal guck mal hier scheiß auto das ey los folgt mir boom auch eine andere waffe immer die 1 94 ja aber ja geht ich habe zwar noch nicht probiert aber in mw2 war es eigentlich auch ganz gut nicht so eine schöne schussrate ziel erledigt so wieder ein gegner weniger dann gucken wir mal hier rum und bumm dann aber wenn du eine drohne braust ich habe gerade eine überwahr ja kannst du bitte reinhauen gleich warte gleich gleich auch meine ferneinleitung rausgeklatscht das wird jetzt gut das ist ja ja sofort auch scheiße ich habe das mikrofon geschlagen tut mir leid mikrofon ich mag dich das kann schon kaputt gemacht durch nein so kann man schon kaputt machen ja ich habe sagen ganz leicht und berührt ja alter nee die waffe gefällt mir nicht ich brauche meine type damals ist ja ich habe gefällt ja nicht die an jetzt viel zu wenig schuss ich will mal die art art mt r aus ja dies mt r heißt wir sind doch mta aussprechen der ist direkt in mir gespawnt hinter dir war keiner warst du gar nicht ja guck mal der jetzt diesen last kill macht ich will hast ihn eingestellt 100 looool was ist los hast du radar ich habe wieder double kill ja rate 6 zu 5 6,5 haha was finden ja habe ich ist er denn vor allem weckt das weg das war eine saugeile waffe so aber wie lange aufgenommen weiß ich gar nicht wahrscheinlich acht minuten oder so schätze ich ja sagen wir mal das reicht wieder für heute oder das noch ein ding ein der noch ein jetzt war ich nicht so viele spiele also spielregeln 80 ok ich muss gerade nur die punkte serien ändern ich muss meine klassenneditor machen hier vecter dann kann man manchmal eben aus der vecter machen mal schnell schuss obwohl warte mal machen wir mal so wo war das denn hier da hätte ich jetzt nämlich wohl gerne noch ein extra mehr rein was werden sie ein zweites extra möchte ich nicht ich will hier dritten aufwärts auf die primärwaffe bereit nein ich muss erstmal dritten aufwärts auf werden machen ich will nämlich helleres nachladen haben so jetzt kümmer ok und noch mal spiel starten 3 2 1 go auf ein gutes spiel for a good game ea sports kennst du das noch dieses alte ea sports stelle geht jetzt in der game heißt das oder so ich finde es immer tinne tinte game das ist heute immer noch bei den spiel von ea ich habe dieses damals habe ich habe ich habe ich dieses intro gehasst ich hasse es ich habe auch noch ich habe das übelst gefeiert das habe ich auch noch so demo cds habe ich auch noch von von verschiedenen ea spielen und so ein kram und das sind 50 milliarden ea spiel ist mehr drauf ok am lokal ich habe eine claim oder ich hatte es gar nicht gehabt mit der ecke noch getötet aber du kannst immer wieder da oben war immer wieder da oben war mit der sicher hier oben ist es echt chillig hast du drohne ich habe wenig munition was das denn jetzt habe ich eine drohne wenn du willst ja ist schon alle von hinten haben mit der mp7 man ja wie viele sind da denn ich habe dich gerettet anscheinend nicht das kann doch nicht wahr sein ja wie die extremen reflexe haben die box die soldat und nicht high-end alter ausgeschaltet drohne wenn du willst ja gleich gleich hinter dir weil die campen teilweise auch nicht dreckig war man ja wie soll man von da ganz hinten auf mich schießen kletter also ich von der kletter ach so hat man hast du drohne oder so jetzt nicht mehr auf dem weg zu ihrer position loa das habe ich gerade hier viele kitsch bekommen und so jo jo ja komm alle mit sniper wir sterben ja wie die mit sniper rumdümpeln extrem unglaublich boah hauptsache ich messer noch einen bevor ich sterbe ich krebs doch klappen aber vorher messer ich noch einen ab ab aber jetzt ja haben wir um die ecke kommen die sofort der kill war episch 47 671 ja guck da da habe ich ihn gesehen vorher und da mal und da 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 zielst du all dabei leider drauf was dann brauchst du nicht egal ich will auch mal sicher gehen ja ja okay hier sieht er noch mal die nuke oder auch nicht ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe ihr beerdet uns bald wieder beim nächsten part und wird auch noch was sagen okay tschüss